Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Overwatch. Wir kommen an den Ilius und greifen an mit dem alles beliebten Tschutschke. Mahlzeit. Er sagt natürlich ja nix, weil er AFK ist. Macht aber nix. Fangen wir trotzdem an. Irgendwie sieht das ganz komisch aus. Alle haben Match verlassen, sind beigetreten, Match verlassen, beigetreten. Mahlzeit. Das ist sehr komisch. Ein Mikrofon. Ein Mikrofon? Oh, irgendwie ausgeschaltet. Entschuldigung. Gelobt uns auch umschuldige Besserung. Los geht's. Lasst uns gemeinsam was reißen. So, wir sind zu dritt. Ernsthaft? Nee. Kommt noch welche. Eine Stufe 50 bei uns, lol. Und Stufe 44. Was? What? Stufe 50. 16, 15, 14, 12, 13, 9, 20. Also ja, ja, das kennen wir. In der Theorie müssen wir in der Praxis in der Praxis sehen. Aber wir haben die Eiz. Nehmen Sie den Schulten an Schulten. Wir kämpfen Schulten an Schulten. Schulten an Schulten. Eilungsfuß! Und anschneid, bitte. Ein... Sag mal Wiedersehen. Komm rein. Pass auf, von der Seite. Alles die Pfeifenköpfe. Geh über den Balkon. Alles nur die Idioten. Die ganze Mannschaft. Weil die sich immer wegbeamen. Jetzt sind sie auch fast. Also zwei Lädenflogen. Ja, passt schon. Noch mal gegen Genji am besten. Auf alle Fälle nichts, was Schatten reflektiert. Äh, hier. Keine Kugelwaffen. Wir sind noch da. Wir sind noch da. Ich weiß nicht, was jetzt der direkte Konto für Genji ist. Auf alle Fälle nichts, was Schatten ist. Es wird geheilt. Jetzt hat sie überhaupt keiner gepackt hier. Wir haben alle ihre Ökis-Packen versaut. Ja. Und das gleiche hatte ich... Das gleiche hatte ich gestern. Die berühmte Superfunktionen. Alle McCree-Taktik. Hat überhaupt nicht funktioniert. Haben wir gewonnen. 6 McCrees. Dann füß. Sie ist mit Highlight, ohne Schuss zu fahren. Jetzt hat er mich gekillt. Verdammt. Das sieht nicht gut aus für die Jungs da. Aber... War echt gefährlich? Wie? Kleiner Moppen. Nochmal. Genau dasselbe in grün. Das ist so geil, wenn die Dinger mich eh fliegen. So, ready, Jutschke, komm an die Tür. Er sagt schon wieder nichts. Erkannt, ich kann noch nicht lesen. Er sagt schon wieder nichts. Jetzt kommen wir nach vorne. Acht! Jetzt wird's massiv. Für mich kriegst du nicht die Runde. Das haben wir auch schon mal probiert mit 6 News. Das hat nicht funktioniert, weil die machen zu wenig Faden. Die Einsicht vor wie der Verrückte machen zu wenig Faden. Ich hab die ganze Zeit überlebt. In 5 Mann! Geh weg! Hast du noch weg! Tschöge mir die Wandschämmern! Zergo 3! Ich freu mich auf! Und! Jetzt wird's massiv! Das ist ein schönes, ein schönes Massengemessen. Danke, dass du das machen. Diese Käse-Taktik. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin schon on fire. Was ist denn was jetzt denn? Immer noch. Bleib hier! Ich bleib in der Mitte! Auf jeden Fall! Ja! Genug da! Achso! Wo unsere? Noll! Die müssen nur kommen! Ne, die haben nur umgestellt. Da ist jetzt ein Reiner. Ja, renn dir nicht da rein, renn nicht da rein, renn nicht da rein, renn nicht da rein. Zwei Bestien stehen da. Lass sie doch! Verstehen! Die müssen davor! Don't go up there, guys! Don't go up there! Stay down! Der andere Bestien sucht sich grad ne neue Stellung. Ich sag' wiedersehen. Mist! Nein, jetzt bin ich doch gestorben! Eine Sekunde vor Schluss! So'n Scheiß! Das würde ich sag' nur ein deutlicher Gewinn. Also die sechsten Kills-Taktiken. Mal nichts gebracht. Oh! Auch endlich mal so'n Game of the Play of the Game von Tracer. Ja, das sieht nicht selten, ne? Komm, hau die Bombe hin! Jetzt, Bombe hin! Jawoll! Bam! Was für ein wahnsinniges Geräne! Da sind alle da, ja! Sechsten Killstreak! Jo! Ja komm, du Christia! Ja! Ich hab' den anderen noch gegeben. Ewig! Sensationell! 49% des Teamschadens hab' ich geheilt! Und Level Up! Genau! Und Level Up! Ach du warst der Lucio! Ja! Ich hab' gesagt, du wirst Raketen machen! Ich war der Lucio! Ah! Ich hab' den ganzen... Ich hab' manchmal auf dich geschossen, weil ich hab' auf alle Lucios geballert wie ein Geisteskranker! Ich hab' das immer in dem Gewudel gar nicht richtig gesehen! Wo grün oder rot! Und ich hab' als die Lucio in den 5 Lucios überlebt! Alleine! Ach so! Ich hab' den Lucio als Raketen! Nein! Nein! Immer Heidung angeboten! Dün! 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 Angriff! Nehmen wir ihn jetzt! Ähm! Kingsroad! Okay! Kingsroad ist eng! Dann nehm' ich nochmal die Mai! Ich war letztes Mal so schön! Dass ich sie gezockt hab' Probieren! Kingsroad ist doch schön eng! Ja! Ich versuch's mit Riebern! Dann kann ich immer durch die Häuser latschen! Und wenn mir einer entgegenkommt, wird er eingefroren! Dann wird versucht! Es lohnt sich, für unsere Welt zu kämpfen! Heißt, es kommt orange die Treppe hoch! Wir dürfen keine Zeit hoch! Wir dürfen keine Zeit hoch! Wir müssen krank! Wir müssen krank! Wir müssen krank! Ich hab' gestern ins Spiel... Links! Links! Jetzt bloß keine Hand! Super, komm! Was denn links links Treppe hoch? Ich verstehe gar nicht, aber du weinst! Ne, ist schon gut, ich alles glaub' Ob, bestimmt verwirrt! Du bist verwirrt! Gut! Angriffsphase, der geht in 30 Sekunden! Die, wo der Mord dann ist, in der Mitte! Die meh'n durch die Map! Ich weiß nicht, ob das die jetzt ist, jung! Hier ist da draußen, ist der, der Roboter Kasten! Oh ne, da brauchen wir nicht hingehen! Da rottest du uns direkt weg! Also du nimmst gleich Genshi und reflektierst ihn! Ich drehe ihn ein! Keine Ahnung! Ne, das schaffst du nicht! Ich stell' ne Wand vor dir nachher! Aber mich haben sie als Genshi gekillt, indem die mit Eiszappen auf mich geschossen hat! Dauer, er hat jedes Mal meinen Schuss in der Mitte! Und ganz normal probieren! Testweise! Nehmen sie Zielpunkt A! Oben und drauf ein Sniper! Ich hab mich grad nackt! Ah, ich glaube, das gibt keinen. Da muss ich doch fliegen. Noch ist der Kampf nicht vorbei. Oh. Oh, ich bin etwas zufrieden. Ah, ich probiere es noch. Ich gehe einfach mal attackieren. Ich gehe noch da, ne? Jo. Na gut, ich habe mich immer noch zufrieden. Genshi habe ich weg. Mist, hat mich gleich. Ah, sehr gut. Das war eigentlich so. Ich muss mich vielleicht schulden. Oh, ich bin losgestanden. Perfekt. Jetzt bin ich kaputt. Oh, wie sieht es aus? Ah, geht los. Ja, ich habe gleich den Eis früher. Jetzt habe ich mein Ulti fertig. Da warte aber. Ich warte, ich warte, ich warte. Ich darf Bescheid beim Reihenhaus. Da komme ich mit. Ich habe meine Ulti. Oh, da finde ich die und sie eingefroren sind. Da alle zusammen. Weg. Nicht aus dem Haus raus. Nicht aus dem Haus raus. Jetzt aus dem Haus raus. Leider nicht, leider nicht. Ulti, zu spät. Nein, leider nicht. Fuck. Das weiß ich nicht. Sag das an dann. Ich habe doch gesagt, leider nicht. Ja, er war zu spät. Da klappt doch einer aus dem Denkmal hinten raus. Ich habe ja meine. Ich habe es im Denkmal hinten. Ich habe nur Stank rum. Ja, woher soll ich das denn wissen? Dieser Mist sagt. Okay, vorbei mit der Mai. Vorbei mit dem Mai. Jetzt kommt's. Tag. Oh, komm. Was ihr jetzt sehen müsst. Das hat leider nichts gebracht. Ey, Mann. Warum hab ich das jetzt nicht so? Die Zarya hat die alle auf ihren Haufen gezerrt. Alle. Und der... Und der Schildmann hat sie alle umgehauen. Mit seinem Stun. Aber dann hat er sie nicht totgekriegt. Dann haben wir einen gehauen, hat sie auch nicht totgekriegt. Und der Schildmann hat sie auch nicht totgekriegt. Es geht noch hier. Oder... Oh, komm! das ist gut, läuft, läuft, 4 Mann drin, 5 Mann drin, kann doch nicht sein aber ja doch, wir sind ja 6 an, dann wollen wir ihn das ist eure gerechte Strafe ah, immerhin an der Ballot, die Jungen komm ich nicht mehr nein, mich nicht verdammt verdammt du auch? ich war schon hinten durch, ich wollte gerade den blöden Power wegmachen ich war schon hinten durch und da hat mich der Cowboy erwischt, da ist mir zufällig dagegen gekommen ich bin hinten ok ja läuft aber jetzt ist doch zu offen für die Mai verdammt, oder ich bin zu dumm hierfür da durch zu gehen und mit der Fahrer klappt es besser ich hab die Mai jetzt seit dem Release eigentlich fast überhaupt nicht mehr gespielt, ohne Verweise in der Open Beta war das mein Favorit aber die anderen sind halt auch nicht schlecht, auf jeden Fall ja natürlich, jeder hat alles Vorsicht, komm 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 bei 80% bleib mal lieber dran ne das ist eure gerechte Waffe ja ich hab natürlich mein Ulti gezündet für Spaß mich auch ich hab einfach in den Eingang reingehalten ja ne kaum eckig das ist wirklich extrem ja scharabhängig genau so ist es da äh ich hab dich im Wissen kommst du drauf an ja hast du es gesehen ach das sollte hat neige hauen das habe ich schon nicht mehr gesehen da war es schon weg da war meine Leiche schon weg so das war total genial ok zusammen gezogen umgehauen und dann das sollte sein ne da kriegt es auch einen für zack so dann hoffe ich ihr hattet Spaß wir sehen uns beim nächsten Mal in diesem Sinne habe die Erde tschüss tschüss